Hallo Kinder, wir wollen euch was zeigen und euch beiden auch, Jason und Nick. Es ist jetzt ein gefährliches Coronavirus zu Gange und wir zeigen euch, warum man Hände waschen muss. Und zwar folgendes, stellt euch mal vor, das sind die kleinen Viren, die Viren haben. So, das sind die kleinen Viren, jetzt steckt mal mit euren Fingern da rein und guck mal was passiert, holt raus den Finger, es bleibt was auf den Fingern drauf, ne? Ja, nur eins, siehst du, bleibt was drauf, jetzt mach mal den Finger sauber, mach mal den Finger sauber und guck mal was passiert, wenn man Hände mit Seife wäscht. So, für dich etwas Seife und für dich auch. So, wartet und jetzt steckt euren Finger mal da rein. Seht ihr, was passiert? Ja. Die Bakterien, die gehen weg, die haben Angst vor Seife. Das Virus geht weg. Deswegen ist es wichtig, dass man immer die Hände waschen tut, ne? So könnt ihr euch nicht anstecken. Versteht ihr das? Dann bleiben die Viren und Bakterien nicht mehr an euren Finger haften. Habt ihr das verstanden? Verstanden, Nick? Deswegen ist es immer wichtig, die Hände zu waschen, okay? Super. Tschüss, Kinder. Tschüss.